Hey ho und herzlich willkommen zurück bei Max Payne 3 Weiter geht's hier auf diesen Docks nachdem wir in der Yacht alle umgenietet haben Suchen wir jetzt irgendeinen komischen Typ glaube ich Ja ich hier erstmal fett tot und so Das bricht den erstmal auf Und dann machen wir dann Das ganze nochmal auf Anfang Weil ich nämlich kein Bock habe hier so voll Leben zu Das was wir noch nicht Dann geht's hier zijn wir da BAM Ja 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 Oh Ja Huh Na So, okay, ganz ruhig, ganz ruhig, jetzt. Kommt noch einer, oh, ja, da vorne ist einer. Oh, Moment, da oben. Oh, scheiße, ich hab keine Zeitlupe mehr, verdammt. Verdammt. BTF? Bam, jawohl, sauber. Oh, da vorne ist ja nur einer, hallo. Das ist er, das ist er. Sauber. So. Oh, oh, noch mein Gegner, noch mein Gegner. Ja, scheiße. Oh, fuck, fuck, fuck. Boah, krass. Gibt es hier irgendwo? Oh, Muni gibt es hier, geil. Soll ich die Waffe nehmen? Äh, ne, die hat nur 20 Schüsse, ich nehm die wieder. Gibt es hier irgendwo ein Painkiller? Scheint nicht so. Außerdem gibt es hier massenhaft Muni. Hä, doch, Moment, einen Painkiller gab es anscheinend. Ich hab ja zwei Stück jetzt wieder. Komisch. Weil gerade eben hatte ich einen, den hab ich verplempert und dann hatte ich keinen mehr. Und jetzt auf einmal zwei. Und jetzt wieder drei, weil da noch einer war. Mein Gott. Oh, fuck. Boah. Krass. Boah. Heftig. Heftig. Einfach nur. Heftig. Hä, warum hat der Haare? Ah, stimmt, genau. Rückblick. Oh, ja, geil. Fertig. Fertig. Oha, da ist noch einer. Oha. Jawoll. Löse am Drahtseil die Bullet Cam aus. Oha. Ich hab ja... Oh, ja. Hm, genau. Da, erst mal war da noch einer. Ja, geil. Keine Muni mehr. Scheiße. Ja, gut. Nochmal. Krass. Und der Arme, ich kriege alles ab jetzt natürlich. Da kommt gleich noch einer. Bam. Sauber. Was? Ich hab... Oh, genau. Scheiße, ich hab... Wieso ist meine Waffe weg? Ich hatte es... Moment. Da gibt's ja wieder... Oha, boah. Krass. Die Waffe hat sich automatisch Gold gefärbt, als ich in meine Hände fiel. Klosser Schatz. Oha. Oha, hola, hola. Röchel mich, chill mal ein bisschen. Chill, chill, chill. Ich bring dich sowieso um. Chill mal ein bisschen. Wah, 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 wah. Hat der mir noch ein Leben gezockt? Ich glaube er nicht. Nein, sauber. Da ist auch mal ein Muni, so. Und, äh, wie hast du die Geist geöffnet? Oha, ich weiß es mal. Okidoki. Gibt's hier irgendwo Painkiller? Ich weiß es nicht. Deswegen gucken wir mal. Auf jeden Fall gibt's hier mal Muni. Schon mal sehr gut. Vielleicht hast du mal hier überall die, äh... Jawohl. Und Painkiller. Sechs Stück sauber. Somit kommen wir gut durch die Mission. Glaub ich. Oder durch den Spieleabschnitt. Boah. Boah. Krass. Erschreck mich halt noch mehr. Ich würd mich ja nicht erschrecken. Ich hab die komische Eigenschaft immer rumzuballern, wenn man mich erschrickt. Und jetzt muss ich den Painkiller verplempeln, aber egal. Ist da wer. Ist da wer. Da war ich. Da war ich. Boah. Äh, so, kicken wir mal, so. Ja, boah, ja, boah, man, hauptsache ich seh den, ich weiß. Scheiiiiss, ein Dreck aber auch. Müss ich ganz ruhig und vorsichtig sein. Hier sogar hier schön die Schatten. Ja, oh, yes. Oh, boah, so. Kann man den kaputt schießen? Das ist ja immer nice. Er macht da immer noch ein Bild, obwohl er kaputt ist. Wie schiss. Egal. Boah. Boah, boah, what the fuck. Boah, ich bin so brutal. Ja, Penkeler, sauber. Okay. Ja, das kann man doch anstelle der Hauptwaffe aufnehmen, oder? Ja, sauber. Geil, wenn meine Hauptwaffen-Munni mal leer ist. Ha, perfekt abgeschwätzt. He, he. Boah. Wow, 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 wow. Ihr habt mich erschreckt und das müsst ihr mit eurem Leben bezahlen. Wow, 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 wow. Glück ab. Da geht's rum. Hier gibt es... Nichts mehr. Hier auch nicht. Oh, was ist das? Hallo. Schaustück-Untersuch. Ja, gut, okay. Ja, konzentrieren wir uns mal. Boah, der konzentratiert. Boah, Gott, eine Spinne. Ich mag Spinnen nicht so unbedingt. Boah. Ma. Matsch. Ich weiß gar, wie man denen die Birne wegpusten kann. Da hat es Yael gemacht. Obwohl, eigentlich, wir haben ja alle die Kack-Waffe hier. Kann ich auch gleich mit der spielen hier. Guck mal. Oh, Blut. Oh Gott, Blut. Hab ich noch nie gesehen in dem Spiel. Wie krass. Jesus Christ. Was ein krasser Scheiß. Heftig. Oh, Backe. Fuck, man. This is brutal. I didn't think things would be like this. Brutal. 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 Krass. Oh, geil. Voller Blut. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Tja. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. I was drinking. People die. Innocent people. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who dislike Daphne Bernstein. Something about the worst. Dislike. Ha, 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 ha. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamani and Death Squads? Yes, I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No, no, no. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to loan them. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo was rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo. Marcelo was an idiot. With this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know you. And Passos? Raul Passos is a bum ex-cop. He failed in America, failed in Sao Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. Probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? Yeah, that sounds like a man. Bedumpt. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Okay, let's take a drive, Max. You want to do something good, hmm? You want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. What? That incident at the favela today. Now some of my officers say, a bus drove off some captives. They did, I saw it. But no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, uh... Kasha Pretham? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops. They're cops who shoot on sight. Die cops, die bei Sichtkontakt schießen. Okay. Imperial Palace Hotel. Yeah, that's what it says. People go in there. In large groups. Under armed guard. But it isn't a police station. And no one comes out of there. Why are you just going to bust the joint? Get a warrant. I'm only a cop, Max. So you keep saying. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite. So I look more for the basement. Tja, ja. Also man muss ja sagen, das Spiel ist schon richtig heftig gut gemacht. Da gibt's nix. Ich mein, klar, es sieht sehr brutal aus. Und es hat auch echt, echt brutale Stellen drin. Aber richtig geil gemacht. Und inszeniert ist es auch echt Hammer. Einfach nur geil. Na gut, das ist jetzt hier vielleicht nicht gerade so. Okay. Hm, ja. Sehr einfallsreich. Ich hab jetzt natürlich keine Waffen mehr. Nur noch hier die, äh... ...weil B gingst, glaub ich, oder? Ah, ne, Schalldämpfers. Okay. Also doch kein Licht. Halten Menschen, für alle Sachen umkommen. Ah, da ist nix. Boah. Hör irg nicht. Ah, ich glaub, da muss ich langen. Dann dreh ich lieber wieder runter. Äh, nein. 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 Scheiße. Ah, supi. Aber wir haben ja noch zwei Pain-Killer. Ist ja super. Oh, krass. Verbrenn die... Ja, die... Boah. Verbrennen die Leichen, oder was? Oh, krass. Krass. Erinnert mich irgendwie an Hostel. An Hostel 3. So, der Typ im Keller sieht, so wie die, die, äh... ...Leichen verbrennen. Ja, das war... Die waren schon krass, die Hostel-Filme. Aber geil. Trash out on stretchers, or something was seriously wrong here. A krass, er schreiss. Hey, this is the police. Put your motherfucking hands up in the air. Yeah. Du musst es, jawohl, bin kinder sauber. Da ist nicht, Schloss gibt es auch nicht, worauf wir schießen. Ganz schade, aber geh mal da durch. Ein echtes Fünf-Sterne-Drecksloch. Ein echtes Fünf-Sterne-Drecksloch. Vielleicht wird der Arbeitsplatz besser schaden. Ehm... Okay ich will das beide weggucken, da sieht die Abwetzungen. Mein Gott, ich treff da ewig nicht. Mein Gott. Ja, genau, Hauptsache so. Nee, das war nix. Das war nix. Das muss, das muss nochmal. Oh, fuck. Hm, äh, ja. So, nehmen wir die mal. Ah, goldene APD. Krass. Oh, nee, das ist die Striker aus COD, glaub ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Was sind das hier für eine? Mal gucken. Ja, nee, Lampenaufsatz brauche ich nicht wirklich. Aber andererseits, ja komm, scheiß mal drauf, kann man ja ausmachen mit B. B. Schalldämpfer jetzt praktisch, ja. Und ich nehme jetzt mal die Waffe wieder. Mit Schalli. Und dann gucken wir mal, wenn ich sicher bin, dass da viele Gegner sind. Und ich nehme einen Moment umgekehrt. Ich nehme erst die mit Lampenaufsatz. Und wenn ich dann Schalli brauche, dann, wenn ich unbemerkt bin, und die unbemerkt ausschalten will, dann nehme ich die Schalldämpf. Also die Schallgedämpf. Das klingt doch nach einem Plan. Ich zum Beispiel, ja. Ja, erst mal. Davor, ja. Ja, genau. Genau. Ja. Arschloch. Nein, nicht. So, jetzt. War natürlich wieder so voll der Fail hier gerade. Hey, da ist ein meiner. So, Kollege, bist du tot, wa? Oh, fuck. Boah. Boah, krass. Ich finde das so geil, wenn ich einfach nicht treffe, total verziehe und trotzdem treffe. Das ist so geil. Da gibt es nichts mehr. Da muss ich schlagen. Kalt. Moment, dann da. Tor öffnen. Einmal mal kurz was trinken. Ich meine, die Deckung, die die mir hier hingestellt haben, war ja auch zu auffällig hier. Fall weg. Ja, komm, nehmen wir nochmal. Painkiller. Wah. Wah. Wow, 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 wow. Oh me, oh me, oh me. Gerade habe ich Painkiller geschluckt. Wehe, du versaust mir das jetzt. Ah, ja, genau. Versau mir meinen letzten Painkiller, du Arsch. Ach. Das ist doch nicht schön. Hey, hier gibt es... Wah. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo nochmal Painkiller, oder? Ja. Ja. Jetzt brauche ich... Jetzt brauche ich keine Painkiller mehr. Wah. Moment. Wir sind noch. Das ist doch nicht.